Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4. Verzeiht es mir, wenn ich die heute vielleicht einen Ticken kürzer halte. Wir haben es jetzt gerade schon nach 3 Uhr am Morgen. Heute war irgendwie alles zeitlich ultraknapp. Momentan ist es irgendwie generell, ich weiß nicht, gerade kriege ich das alles nicht so auf die Kette, wie ich es normalerweise hinbekomme. Ich weiß nicht, irgendwie ist gerade so ein bisschen der Wurm drin. Ja, ähm, Cleo hatte ich jetzt duschen lassen. Wir müssen aber direkt nochmal das Aussehen ändern, denn ich hatte noch ein paar interessante Ideen von euch bekommen und habe nochmal ein bisschen das Internet durchstöbert und, obala, das war mein Mikrofonhalter, und durchsucht. Ich habe aber noch keine Möglichkeit gefunden, meinen Download-Ordner zur Verfügung zu stellen, ohne dass entweder diejenigen, die ihn haben wollen oder ich was zahlen müssen dauerhaft, weil er hat schon eine relativ ordentliche Größe, knapp 2 Gigabyte. Und das ist leider relativ schwierig, mal irgendwo hochgeladen. Solltet ihr eine Seite kennen, wo man mehr oder weniger unbegrenzt hochladen kann, dann sagt mir Bescheid. Denn auch bei Dropbox, ja, stoße ich an die Grenzen, ohne zahlen zu müssen. Deswegen ist das alles ein bisschen problematisch. Die Sachen, die ich heute zeige, die ich heute mir angucke, die habe ich von The Sims Resource. The Sims Resource ist in der Videobeschreibung verlinkt, weil es meine Haupt-Download-Seite ist. Und, ähm, ja, da sucht einfach mal nach S-Club und dann solltet ihr das schon finden. So, ähm, also S wie S, nicht wie Hintern. Wir gehen... Hilfe! Ich sollte natürlich auch treffen. Wir gehen mal aufs zweite Outfit. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo das denn... Aha, genau. Das hier, dachte ich, wäre doch vielleicht ganz süß, so für das Hochzeitsoutfit. Wir hätten natürlich auch noch Blumenkränze. Was hätten wir hier mit weißen Blumen? Hätten wir schon auch noch was. Finde ich jetzt aber nicht so, muss ich sagen. Ist jetzt alles nicht so unbedingt, meinst du weißt, der Schleife sieht auch irgendwie eher doof aus. Also ich denke, das hier wäre eine ganz gute Wahl. Jetzt ist nur die Überlegung, machen wir sie vielleicht so ein bisschen farbig, in blau oder in rosa. Das rosa sieht eigentlich ganz süß aus und ist vielleicht ein ganz schöner Farbtupfer zum Kleid, dass nicht alles weiß ist. Ich glaube, ich finde es rosa ganz schön. Ich habe mir auch noch neue Ketten runtergeladen. Ich weiß nur gerade nicht, ob da jetzt einer wirklich bei wäre, die... Ja, das hier war dasselbe nochmal, oh, das hat aber hier zu krasse Farben. Das hier wäre das Ganze nochmal, die Tasche wollte ich nicht umhängen, wäre quasi das Gegenstück dazu. Als Halsband. Das hier wäre auch noch eine Möglichkeit, was auch sehr schick aussieht, sehr elegant, sehr teuer auch irgendwie. Eine Perlenkette, die wäre jetzt bei einer Hochsteckfrisur würde die, glaube ich, gut kommen mit dem Schleifchen. Aber hier unter den Haaren fällt sie einfach nicht auf, deswegen finde ich sie hier eher ungeeignet. Und die Kette ist schön, aber die hängt hier zu sehr ins Kleid rein, das passt auch eher weniger. Die Kette wäre vielleicht auch schön. Die wäre vielleicht sogar noch schöner als die andere, die wir hier haben. Ich glaube, die finde ich schöner. Dann auch noch die Möglichkeit mit der weißen hier. Oh, das ist auch schön. Oh, das ist alles so schön. Und ich will generell noch was ausprobieren, denn ich habe mir beim Make-up so Sachen, so was runtergeladen, wie so Augenfarben. Und da wollte ich mal gerne gucken, wie das wirkt. Wenn ich sie dann finde. Waren das die hier? Das sind die hier, aber die sehen wir hier irgendwie ein bisschen. Die finde ich schön bei ihr. Das hier wären die Standard-Augen. Das wäre doch auch mal was. Ich mag das ganz gerne teilweise, die so aussehen wie Kontaktlinsen. Einfach so wie gesagt, als ob sie Kontaktlinsen drin hätten. Das gefällt mir immer ganz gut. Das hier, oh ne, das ist ein Lidschatten. Nein, jetzt habe ich den ganzen Lidschatten weggemacht. Was mache ich denn da? Gesichtsbemalung, genau. Nur da wollte ich hin. Aber finde ich eigentlich ganz hübsch. Ich bin immer nicht so für die Standard-Augen, muss ich ehrlich sagen. Wie würde es denn bei den anderen aussehen, wenn wir da generell immer die Augen so ein bisschen überarbeiten? Mensch, ich mache hier momentan eine Überarbeitungsfolge nach der nächsten. Ähm, das ist schlimm gerade. Das tut mir echt, echt leid, dass ich da so... Guck mal, bei ihm sieht das doch auch gut aus. Er hat auch grünliche Augen. Aber eigentlich eher anders grün. Das sind... Er hatte schon so, wie so Kontaktlinsen drin, ne? Dann würde ich sagen, lassen wir es bei ihm. Bei Emi, finde ich, sehen die Augen so auch schon extrem hübsch aus. Gott, naja, jetzt mache ich hier komplett... Ich würde bei ihr... Wir müssen ja... Oh, wir müssen ja auch noch das Outfit von ihr anpassen. Sie hat gerade kein... Kein wirkliches Hochzeitsoutfit, fällt mir gerade mal so auf. Wow. Wow, wow, wow. Sie hat ja hier... Ja, es ist aber eher so ein grau-blau. Das ist eigentlich dann eher Emis Augenfarbe. Wie ihr die sehen, bei den Augenformen, die ich gewählt habe, sehen die irgendwie ein bisschen komisch aus. Aber die hier... Ich finde es halt so, finde ich es richtig krass. Aber sie hat ja eigentlich eher grau-blau. Aber es sieht schon... Es sieht sehr, sehr schön aus. Ja, auch die sind von The Sims Resource. Ich meine auch von S-Club. Das sehe ich hier leider nicht. Aber ich bin mir da ziemlich sicher. Ich habe nämlich heute das eine oder andere runtergeladen. Aber eigentlich alles nur von der Seite. Warte mal, das sind ihre Augen. Genau, das ist ihre Augenfarbe. Und Aiden, was hat er? Er hat die Augenfarbe von seiner Mama. Er hat... Er hat die Augenfarbe von seiner Mama. Also die hier. Hat er die dann jetzt denn noch überall? Nee, hat er nicht. Muss ich mal gucken. Muss ich dann bei Gelegenheit mal ändern. Also die Augen sind Hammer, finde ich. Also... Ganz, ganz toll. Und sie hat sowieso schon schöne Augen. Okay, jetzt will ich aber mal nicht weiter rumpalabern mit den Augenfarben. Hier, das ist... Das kannst du nicht auf eine Hochzeit anziehen. Das hier schon eher. Aber das ist ein bisschen... Die Tasche würde ich noch weglassen. Ich glaube, die Tasche mache ich generell mal weg. Wo haben wir die denn bei? Die ist hier bei den Accessoires mit bei, oder? Uh! Wo ist denn die Tasche mit bei? Diese Herzchentasche. Ist die hier bei den Accessoires mit dabei? Boah, schwierig. Hier, ja, genau. Da ist sie. Weil die würde ich nämlich tatsächlich eher weglassen. Schuhtechnisch vielleicht noch was anderes? Ich habe da doch noch sowas. Nee, nee, nee. Das ist für so ein Event... Für so ein Event ist das eher nix. Ansonsten würde ich das hier so lassen. Dann verpassen wir hier aber auch mal noch eben die anderen Augen, wenn wir eh schon dabei sind. Oh, sie sieht so... Evi ist so eine klassische Schönheit. Ich finde, hier sieht sie wirklich... Es ist krass. Es ist richtig krass. Sehr schön. Für ihn brauchen wir natürlich auch noch ein Outfit. Ja, gut, das kann er so anlassen. Das passt schon. Aber haben wir für ihn denn schon ein schönes... Ja, hier. Das passt nämlich nicht wirklich zu einer Hochzeit, finde ich. Da braucht er definitiv noch was anderes. Wie wäre es denn zum Beispiel mit sowas hier als Oberteil? Das ist vielleicht ein bisschen... Es wäre schon schick. Machen wir das... Das ist vielleicht auch ganz cool. Oder wir nehmen sowas. Das ist doch cool. Das finde ich irgendwie immer schöner. Warte mal, ist das so ein ganz dunkles Blau? Ach so... Wir machen es lieber so, dass andere sieht fast aus wie eine Jeans. Das finde ich da nicht so passend. Nee, das nicht. Würde ich jetzt am ehesten, glaube ich, die hier nehmen. Weil die anderen eine helle Schnürsenkel haben. Aber ich habe noch was über sie. Was ich ihr ganz gerne verpassen würde, was hierbei ist. Wie sieht das denn aus? Das ist aber zu sehr fairy. Das ist hübsch, ja. Definitiv. Ja, ja, ja. Aber, ähm... Ich finde, das passt einfach nicht. Ja, aber ihr Lieben, also wenn das hier keine hübsche Braut ist, dann weiß ich es auch nicht. Was sagt ihr denn jetzt zu ihren neuen Augen? Was sagt ihr zu dem Kopfschmuck? Äh, zu dem Haarschmuck? Ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Jetzt haben wir heute wieder nur rumgebastelt. Ja, schlimm ist das hier. So, ich speichere jetzt gerade mal ab. Und dann gucken wir noch eben, dass wir unsere Sims noch an irgendwelche Aufgaben dranschicken. Und, ähm... Damit sind jetzt aber dann immerhin die Hochzeitsvorbereitungen abgeschlossen. Also wir haben jetzt wirklich für jeden, haben wir jetzt ein Hochzeitsoutfit. Alles passt. Ich finde, an Cleo können wir nicht mehr großartig noch weiter verbessern. Sie ist wirklich, sie sieht aus wie eine Prinzessin. So hübsch, das ist Wahnsinn. So, sie sollte vielleicht mal noch was essen. Nehm dir ein paar Frühlingsnudeln. So, Cleo, äh, Emi. Ist schon relativ kaputt. Vielleicht sollte sie sie schon hinlegen. Und... Warte mal, Aiden. Aiden sollte sich auch schon hin... Warte mal, hat Aiden die Hausaufgaben gemacht? Nein, Aiden hat die Hausaufgaben noch nicht gemacht. Ach komm, shit. Nicht schon wieder. Warte mal hier. Nein, das passt jetzt gerade gar nicht. Ähm... Hilf ihm mal bei den Hausaufgaben, bitte. Damit Aiden schneller fertig wird. Okay, wir haben erst 19 Uhr. Also er bräuchte jetzt eigentlich noch nicht ins Bett. Das ist schon wirklich sehr früh noch. Aber ich meine, er ist ziemlich müde. Dann ist vielleicht ein bisschen Hilfe bei den Hausaufgaben ganz, ganz förderlich. So. Dann hau dich mal hin. Ja, und Hendrik ist hier zu... Was ist das denn? Und Hendrik ist jetzt zu absolut... Ja, zur Schlafenszeit quasi. Dreht er erst richtig auf. Er muss heute noch zocken wieder, ja? Ja, genau, Videospiele spielen. Muss er noch... Muss er noch beginnen. Warte mal, wir hatten hier noch irgendwas. Was ist bei Web? Ja, aber Crowdsourcing zu Geld kommen. Genau, erledige online kleinere Aufgaben, um ein paar Simoleons zusätzlich zu verdienen. Da war ja noch was. Da war ja noch was. Das haben wir auch schon länger nicht mehr gemacht. Was ist hier? Ich kriege dich einfach nicht mehr aus dem Kopf. Wie wäre es wenn eine Verabredung zum Abendessen im Restaurant Villa Bovino? Nein, sie ist verlobt. Sie wird bald heiraten. Also bitte. Was ist das denn für ein Schlingel? Müssten wir eigentlich auch mal noch... Hier hinten, die Ecke, sieht bis auf die Regale total kahl aus. Da brauchen wir mal... Oh. Oh, und bis auf den stinkenden Teller. Hat den denn da hingestellt? Echt, schämt euch mal. Hier steht noch ganz viel stinkendes Zeug. Na gut, können wir alles mit Hendrik zu Barum machen. Ne? Es geht auch schlimmer. So, wo möchte sie hin? Sie möchte... Sie möchte Fernsehen gucken. Aber dein Spaß ist doch eigentlich schon relativ gut. Du solltest vielleicht lieber mal aufs Klo gehen und dich dann hinlegen. Du bist ziemlich kaputt. Meine liebe Cleo. Sergio ist auch schon relativ im Eimer. Sehe ich gerade. Ja gut, er ist jetzt relativ im Eimer. Es ist schon noch im grünen Bereich, aber... Er muss ja auch morgen um 9 Uhr schon wieder auf der Arbeit sein. Von daher wäre es vielleicht gar nicht mal so dämlich, wenn wir ihn dann ein bisschen früher ins Bett schicken würden. So, zack. Und ihr hüpft jetzt hier mal so Tichtelmächtel mit Sergio. So. Dann habt ihr definitiv auch noch Beschäftigung. Die anderen schlafen schon. Nur Hendrik nicht. Aber der ist ja auch noch topfit und muss noch ein bisschen was tun. So, ihr Lieben. Ich würde jetzt aber die Folge beenden. Denn wir haben wie viel Uhr? Wir haben es jetzt gleich. Wir haben es schon 20 vor 4. Und ich habe auch noch was zu tun. Nämlich die Folge noch rendern und auch noch hochladen, damit sie auch pünktlich kommt. Damit ihr sie jetzt pünktlich seht. Ich verabschiede mich damit und ich hoffe, euch gefällt Cleo. Sorry, dass wir jetzt so viel mit dem Festlegen des Hochzeits, des hochzeitlichen Aussehens zugebracht haben. Aber ich finde, das ist ein großes Erlebnis im Leben eines Sims. Da muss alles passen. Also, ihr Lieben. Macht's gut und bis dahin. Tschüss.